Hallo liebe G2D-Mitglieder. Seit dem 9.06. dürfen wir auch wieder Indoor-Kurse mit anbieten. Natürlich alles gemäß den bayerischen Gesundheitsrechtlinien. Wie diese bei uns aktiv seit umgesetzt werden, wollen wir euch hier in diesem kleinen Tipp zeigen. Viel Spaß! Wie du dir sicherlich denken kannst, ist der Mindestabstand in dieser Zeit unabdingbar. Also achte bitte auch beim Eintreten darauf, genügend Platz zum Vordermann zu halten. Desinfiziere dir am Eingang gründlich die Hände, denn nur so schützt du dich am besten. Und vergiss bitte nicht bereits umgezogen und mit langem T-Shirt zu kommen. Dokumentiere deinen symptomfreien Besuch mit deinem eigenen Kugelschreiber. Für unsere Kids gilt, betreten des Studios alleine, ein Instruktor nimmt dich dann in Empfang. Und wenn es mal eng wird, wir halten Aufstand. Im Trainingsraum angekommen, verstaue bitte deine Schutzmaske. Bitte lege sie nicht auf die Fensterbank oder auf den Fußboden oder sonst irgendwo ab. Die Entnahme der Kick-Shields sowie das Training an sich finden selbstverständlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand statt. Und die Shields werden nach dem Training gründlich von dir gereinigt. Beim Verlassen des Trainingsraumes, denke bitte wieder an deine Maske. Vor dem Heimweg noch einmal gründlich die Hände desinfizieren und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Ach ja, hier noch einmal unsere Verhaltensregeln im Überblick. Bis zum nächsten Mal.